Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland? Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürger StaatsbürgerInnen übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR? Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Sie möchten bei einer Firma in Deutschland ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten? Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Bei welchem Amt muss man in Deutschland in der Regel seinen Hund anmelden? Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, Punkt. Ein Richter, eine Richterin in Deutschland gehört zu Punkt. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt Punkt. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, AusländerInnen? Das Grundrecht auf Punkt. Welches ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein? Die Wahlen in Deutschland sind Punkt. In welchem Militärbindes war die DDR-Mitglied? In der DDR lebten vor allem Migranten aus Punkt. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Punkt. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Welche Aussage ist richtig? In Deutschland Punkt. Was zeigt dieses Bild? Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? In Deutschland hat ein Kind in der Schule Punkt. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident die deutsche Bundespräsidentin? Esi Punkt. Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR Punkt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied Punkt. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? Wer nennt in Deutschland die Minister die MinisterInnen der Bundesregierung? Ichin will dorthin und da, wie du! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Vielen Dank.